Musik Wir kommen zum Punkt Stopp TTIP. Warum eine selbstorganisierte Bürgerinitiative, warum es mehr Demokratie gegen dieses Freihandelsamt kommt? Michael Ebler, der eigentlich hier sein sollte, ist der Campaigner dieser europaweiten Kampagne. Er ist unser Bundesvorstandssprecher und im Bündnis Stopp TTIP eben am zentralen Platz engagiert. Das Kampagnenbüro in Berlin ist deckungsgleich mit unserem Berliner Mehr-Demokratiebüro. Darauf hat man sich im Bündnis geeinigt. Michi könnte natürlich jetzt unheimlich viele Dinge erzählen, die ich jetzt nicht weiß. Das heißt, Michael ist jetzt nicht so einfach zu ersetzen. Wir haben uns deswegen Gedanken darüber gemacht, wie wir ihn ersetzt bekommen und haben uns eben überlegt, dass wir drei kurze Inputs zum Thema TTIP Ihnen anbieten. Dann können wir in die Diskussion gehen und können gemeinsam überlegen, wie wir diese selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative vorantreiben. Von mir bekommen Sie jetzt erstmal so zwei, drei Hintergrundinformationen und ein paar Worte zur selbstorganisierten Bürgerinitiative. Peter Röhrig, der mittlerweile angekommen ist. Und Brigitte ist auch da. Also quasi das Leverkusener Bündnis ist zu einer bedeutenden Prozentzahl anwesend. Und wie gesagt, Jörg Eichenauer wird auch am Eindruck gesagt. Ja, ich habe vor kurzem, das können Sie auf unseren Facebook-Seiten auch sehen, den parlamentarischen Staatssekretär der CDU, Herrn Grosse-Brömer, die Frage stellen hören, ja warum regen sich die Leute denn eigentlich so auf? Also wir haben ja auch schon früher Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das hat keinen Menschen interessiert. Und diese Dämonisierung, die da betrieben wird mit Chlorhühnchen oder mit diesen Konzernklagen, wo dann angeblich plötzlich die Konzerne kommen und die Mitgliedsstaaten verklagen. Also er kann diese ganze Panikmacher nicht verstehen. Auf der anderen Seite behaupten auch Befürworter, und ich würde Ihnen mal zu den Befürwortern dieses Freihandelsabkommens zählen. Auf der anderen Seite behaupten die Befürworter des Freihandelsabkommens, dieses Freihandelsabkommen ist nicht irgendein Freihandelsabkommen. Es geht da auch nicht nur ausschließlich um Handelsliberalisierung. Nein, dieses Handelsabkommen, TTIP, ist der Goldstandard der Handelsabkommen. Zumindest soll es das werden. Vor drei Tagen war ich in der Volkshochschule Hahn, da war eine Referentin vom Deutschen Institut für Wirtschaft mit auf dem Podium. Und sie hat sogar gesagt als Befürworterin, es ist sogar so, dass wir mit diesem Abkommen die Globalisierungsregeln der Zukunft mitgestalten. Es ist also schon ein bisschen was anderes als irgendein Handelsabkommen. Und das ist auch der Grund, warum mehr Demokratie bei diesem Handelsabkommen nicht außen vor stehen darf. Wenn wir tatsächlich in diesem Handelsabkommen über die Globalisierungsregeln der Zukunft reden wollen, dann müssen die Regeln, die uns in der westlichen Welt, wenn man es denn mal so greifen will, zusammenhalten, nämlich vor allen Dingen auch die Demokratie, eine bedeutende Rolle spielen. Und deswegen müssen wir ganz genau hinschauen, was uns da serviert wird als Freihandelsabkommen. Es ist ohnehin ein Problem, vielleicht sogar das größte Problem, vielleicht sogar das Problem, was der Kommission, der Europäischen Kommission hinterher auf die Füße fallen wird, dass dieser Prozess in größtmöglicher Intransparenz bislang vonstatten gegangen ist. Wenn es nicht den öffentlichen Druck gäbe von mittlerweile 250 Organisationen aus ganz Europa, wenn es nicht eine selbstorganisierte Bürgerinitiative gäbe, die innerhalb von 14 Tagen bereits 700.000 Unterschriften gesammelt hätte, ich glaube, das Verhandlungsmandat wäre von der Europäischen Kommission heute noch nicht veröffentlicht worden. Dass die Europäische Kommission das als großen Schritt zur Transparenz sieht, gut, das kann man irgendwie so sehen seitens der Kommission. Wenn man allerdings weiß, dass die Europäischen Grünen das Mandat schon vor einem Jahr sogar kommentiert, veröffentlicht haben, dann wird dieser großzügige Schritt der Kommission doch deutlich, deutlich geringer. Aber das reicht selbstverständlich nicht, um die Intransparenz der bisherigen Verhandlungen und des gesamten Entscheidungsprozesses aufzuheben. Nein, da muss viel mehr passieren. Dieser Prozess muss deutlich transparenter ausgestaltet werden. Es gehört sich einfach nicht in einer Demokratie, dass der Entscheidungsprozess sowohl was die Inhalte angeht, als auch was den Ablauf angeht, was die Frage angeht, wer sitzt da mit am Tisch, wer entscheidet denn hinterher über das Ja oder Nein zu diesem Abkommen, dass das zu Beginn eines solchen Aushandlungsprozesses, wobei wir eigentlich ja schon mittendrin in dem Aushandlungsprozess, intransparent ist in dieser Art und Weise, das geht nicht. Zwei weitere inhaltliche Punkte sind uns von Mehr Demokratie sehr wichtig. Mehr Demokratie ist ja keine Organisation, die jetzt beispielsweise Umweltstandards verteidigt, den Verbraucherschutz fördert, was beispielsweise gegen Fracking ist oder geklurte Hühnchen schlimm findet. Das ist alles nicht unser Thema. Man kann das alles problematisieren, aber eben nicht als Verein Mehr Demokratie. Unsere Kritik ist immer eine demokratiepolitische Kritik. Und da gibt es zwei Punkte, die eben besonders hervorschlechen. Zum einen, im Mandat ist vereinbart, dass man Regelungen zur sogenannten regulatorischen Kooperation findet. Regulatorische Kooperation ist ein toller Begriff. Man könnte es auch als institutionalisierten Lobbyismus bezeichnen. Das heißt, Industrievertreter, große Verbände sollen bereits bevor Gesetzentwürfe veröffentlicht werden, also die Allgemeinheit den Zugang bekommt, die vielleicht nicht so gut über bestimmte Vorgänge innerhalb des Parlaments der Entscheider informiert ist, gefragt werden, wie sie bestimmte Gesetzgebungen denn finden. Ich glaube, wir haben gerade in Europa schon genügend Probleme mit Lobbyismus. Wir müssen das nicht noch im weiteren Freihandelsabkommen noch weiter institutionalisieren. Insofern ist diese regulatorische Kooperation, wie auch immer sie hinterher aussieht, ein Problem. Ein zweites, noch weitaus größeres demokratiepolitisches Problem sind die sogenannten Investor-Staatsverfahren. Investor-Staatsverfahren heißt, wenn sich ein Investor in einem Land in seinen Investitionen beeinträchtigt sieht, insofern, dass man es schon als mittelbare oder unmittelbare Enteignung bezeichnen kann, dann darf er vor einem internationalen Schiedsgericht den Staat auf Schadenersatz verklagen. Das ist ein Schiedsgerichtsverfahren, das wir uns in Deutschland ausgedacht haben. In den 50er Jahren haben wir ein Freihandelsabkommen mit Pakistan geschlossen. Und ja, da war eben die Befürchtung von deutschen Investoren, wenn wir in Pakistan investieren, dann werden wir möglicherweise enteignet. Rechtsstaatlichkeit war dort nicht so garantiert, wie sie hier in Deutschland ist. Deswegen hat man eben dieses internationale Schiedsgericht geschaffen, um deutsche Investoren zu schützen. Wir reden also hier von einem Verfahren, das für den Fall, dass der eine Staat die Rechtsstaatlichkeit nicht so garantieren kann, dass er das Eigentum eines Investors schützen kann, dass er in diesem Fall ein internationales Schiedsgericht zum Zuge kommen kann. Da frage ich mich aber schon, was hat so eine Vereinbarung dann in einem Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa zu suchen? Eigentlich nichts. Und der Punkt, warum es trotzdem drinsteht, ist, dass diese Schiedsgerichtsklagen eben mehr und mehr zu einem Geschäft werden. Denn es gibt internationale Anwaltskanzleien, die es Unternehmen antragen, dass sie, wenn sie sich aufgrund der Gesetzgebung von Staaten in ihrer Tätigkeit beeinschränkt sehen, gleich zum Beispiel Zigarettenkonzerne durch Nichtrauchergesetzgebung, zum Beispiel Frackingkonzerne durch die Regulierung des Frackings und so weiter, dass sie dann vor internationalen Schiedsgerichte ziehen und von den Staaten großzügige Entschädigungen erhalten. Das ist real. Und das Geld, was da ausbezahlt wird, das ist das Geld der jeweiligen Steuerzahler. Insofern sind wir der Ansicht, ein solches Investor-Staatsverfahren braucht es beim Handelsabkommen zwischen den USA und Deutschland nicht. Was tun wir? Ich habe es gerade schon gesagt, 250 Organisationen aus ganz Europa sind losgezogen, um in einer europäischen Bürgerinitiative Stop-TTIP zu fordern, um zu sagen, dieses Freihandelsabkommen, wie es zumindest im erteilten Mandat vorgesehen ist, wollen wir nicht. Man kann ein Freihandelsabkommen mit den USA schließen, aber nicht so, wie es hier angedacht ist. Wir wollten das eben als europäische Bürgerinitiative einbringen. Sie wissen ja, eine europäische Bürgerinitiative ist in den europäischen Verträgen festgelegtes Verfahren. Eine Million Menschen müssen die aus mindestens sieben europäischen Mitgliedstaaten unterschreiben. Ein bestimmtes Forum muss erreicht werden, dann muss die Europäische Kommission sich verpflichtend mit dieser europäischen Bürgerinitiative beschäftigen. Eine europäische Bürgerinitiative muss man allerdings anmelden bei der Kommission. Und die Kommission war der Ansicht, dass diese europäische Bürgerinitiative nicht zulässig sei. Wir haben sie auch vorher gefragt in einer Vorababfrage, wie sie das bewertet. Da hat sie es gar nicht bewertet. Und nachdem es dann eingereicht worden ist, hat die Europäische Kommission sich volle zwei Monate Zeit gelassen. Das ist die volle Frist, um uns dann zu sagen, nein, das ist unzulässig. Ihr dürft nicht den Abschluss eines internationalen Vertrages verhindern. Das dürft ihr nicht fordern. Ihr dürft in einer europäischen Bürgerinitiative lediglich fordern, dass ein internationaler Vertrag abgeschlossen wird. Diese Ansicht sind wir nicht. Wir werden das auch vor den Europäischen Gerichtshof klagen, aber das dauert natürlich sehr, sehr lange. Und damit bis dahin der Protest gegen TTIP nicht verhallt, hat sich das Bündnis innerhalb wirklich weniger Tage entschlossen, wir machen eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative. Ich meine, ob die Kommission sich jetzt in einer Anhörung damit beschäftigt oder nicht, so scharf ist dieses Schwert nun auch nicht. Es gibt bereits aus dem Europäischen Parlament den ein oder anderen Parlamentarier, der gesagt hat, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das aufgreife, dass wir das dann einfach ins Europäische Parlament einbringen. Das hat vermutlich denselben Effekt wie eine europäische Bürgerinitiative. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir es hinbekommen, europaweit zu zeigen, die Menschen in Europa wollen dieses Freihandsabkommen nicht. Und dass wir uns gemeinsam mit Organisationen aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten an einem Thema abarbeiten, was hier in Deutschland wirklich Säle füllt und was wirklich auf der Straße die Menschen bewegt, wo viele Menschen Bescheid wissen, aber eben auch in vielen anderen Staaten die Menschen schon Bescheid wissen und es aufregt, das ist eigentlich eine großartige Sache. Aber das ist ein Stück weit europäische Öffentlichkeit, wie wir sie uns wünschen, wie sie Europa braucht und wie sie vielleicht ein Anfangspunkt sein kann für eine grundsätzliche Diskussion darüber, wie wollen wir die Demokratie in Europa eigentlich haben. Deswegen macht mehr Demokratie da mit und damit endet zumindest jetzt erstmal mein Teil des Inputs. Ich freue mich, dass Peter Röhrig da ist. Ich war neulich in Leverkusen, bin an meinem Lieblingsbuchladen vorbeigefahren und habe irgendwie mit Schrecken gesehen, dass da steht, das ganze Fenster war zugeklebt und dann stand drauf, wir müssen schließen. Das ist so, ey ne, ey scheiße, einmal zu viel bei Amazon bestellt, es tut mir leid, wir wollten dann gerade schon abbildlich leisten, dann habe ich gesehen, das steht unten drunter, wir müssen schließen, wenn TTIP kommt. Und das hängt ein Stück weit mit der Arbeit von Peter in Leverkusen zusammen und ich freue mich mal zu hören, was wir in Leverkusen jetzt schon so losgemacht haben. Ja, was haben wir in Leverkusen gemacht, jetzt komme ich zu Leverkusen. Wir haben uns zu dritt irgendwann getroffen und angefangen, wir müssten was machen und dann haben wir zu dritt angefangen, alle Organisationen abzuklappern, die irgendwas damit zu tun hatten. Abo, Abo, Deutscher Parikletischer Wohlfahrtsverband, Naturbund, Bund, Gewerkschaften, Bayern, ist da ein Leverkusen, Chemie, also schwierige Sache, Parteien, alle Parteien haben wir, absehend von Thron NRW und der, wer war der zweite, der, der ist noch schon, die heißt AfD, die haben wir mal weggelassen. Das ist selbstverständlich, aber wir sind, wir haben allen Parteien angeboten, wir sind da und wollen uns mal uns vorstellen. Wer ist das, da kommen drei Manneken und wollen sich bei den Parteien vorstellen mit einer Initiative und die wussten natürlich nicht, dass wir, auch das ist ein kleines Defizit, eigentlich drei Aktive sind. Wenn es hochkommt, sind es fünf. Und in Wiesdorf, am Aktionstag, wo wir alle möglichen Leute angeschrieben hatten, kommt doch mehr vorbei oder helft uns mal, waren am Schluss fünf. Jetzt will ich Sie nicht da demotivieren. Das war meine Frau, das war ich, das war meine Schwägerin, das war die Tochter meiner Schwägerin und wer war der fünfte? Familienunternehmen, auf Deutsch gesagt. Okay, wir haben in Leverkusen mit Hilfe dieser Buchhandlungsgeschichte so ungefähr 700 Unterschriften bekommen, dafür waren wir schon ganz stolz. Es gab auch eine Menge Rücklauf über die Seite, aber wir haben eigentlich, das war unsere Strategie in Leverkusen, dass wir gesagt haben, so etwas, was der Kollege hier, Trennhäuser, da macht, da oben, diskutiert das, da kommt keiner mit klar. Ja, EU, USA, was hat das mit mir zu tun? Bundesregern, sie sollen doch machen, was sie will. Steuerzahler, wir müssen das nachher zahlen, wir haben das zu Wort. Wir haben dann uns sozusagen auf die lokale Ebene begeben und haben gesagt, wir machen nur, wir versuchen, nur zielgruppenorientierte Arbeitsmarkt zu machen. Die Buchhandlungsleute, das ist ein Freund von uns, es geht alles so von Freund zu Freund sozusagen, da haben wir denen die Schaufenster zugeklebt und alle Leute vorher, ich habe mich dann immer um das Publikum gemischt, wenn da ein paar Leute dann waren, hast du schon gehört, die schließen hier? Was? Nein, das kann doch nicht sein. Aber die Leute, die in eine Buchhandlung gehen, die ein Buch kaufen, das ist doch eine ganz kleine Minderheit, müssen wir sehen, dass die sowieso schon fromm sind, die braucht man nicht mehr fromm zu machen. Okay, man muss ihnen noch sagen, unterschreiben und man muss ihnen sagen, was ihr Dienstag vor einer Woche vorher unterschrieben habt, können wir wegschweißen, die müssen nochmal unterschreiben. Okay, aber 722.000 Unterschriften. Wie viele haben wir Wähler in Deutschland? 45 Millionen, schätze ich. Also 0,5 Prozent. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist 1 Prozent. Wenn nicht jeder, und ich meine, das sage ich jedem Einzelnen, und da gehören sich auch dazu, wenn nicht jeder mindestens 20 Leute dazu kriegt, zusätzlich zu unterschreiben, dann wird das verpuffen. Und deswegen haben wir dann versucht, uns auf der lokalen Ebene weiter zu robben. Die nächste Geschichte war, wir haben uns überlegt, also die Leute in der Buchhandlung, die spricht man dort hier auf einen Buchpreisbindung an. Der weiß nicht, was Buchpreisbindung ist. Normal Mensch weiß nicht, was Buchpreisbindung ist. Und wenn die fällt und die könnte fallen durch diese Freiheitsabkommen, dann gehen die Buchhandlungen kaputt. Und das sagt auch unser Buchhändler, dein Buchhändler. Ich mache am nächsten Tag, muss ich zumachen. Ich schaffe das nicht mehr. Naja, also, aber dann haben wir angefangen, Zweitaktion, ich war zufällig bei einem Krankenhaus auf einem Tag dabei. Und da haben wir dann ein kleines Flugblatt gemacht, das habe ich noch zusammengeschustert, zwei Stunden vorher. Ist das Klinikum Leverkusen für höhere Gewinne geeignet? Dann bin ich da an dem Sonntag hingegangen und das ist unfassbar. Denen hätte ich natürlich keinen Buchhandlungsflyer von Attack in die Hand drücken können. Aber denen habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, was TTIP ist? Ne. Freiheitsabkommen? Ne. Was wollen Sie mir erzählen? Und dann ist man so langsam ins Gespräch gekommen. Die sitzen draußen, mal schönes Wetter. Und dann hat man gesagt, also, Sie werden doch hier gut behandelt. Wenn das privatisiert wird, ich weiß nicht, ob der Kollege Möller meiner Meinung ist, aber der arbeitet ja im privaten Krankenhaus, ist auch richtig. Aber das gilt im Prinzip für das gesamte Gesundheitswesen. Aber die Leute verstehen doch nicht, was hat denn Freihandel mit dem Krankenhaus zu tun? Das gilt klar zu machen mit zwei Sätzen. Ich möchte mal, am liebsten würde ich den Versuch machen, jeder schreibt mal zwei Sätze auf, um einem normalen Menschen, der nichts von Freihandeln als Abkommen weiß, zu erklären, wie geht das? Also, dann habe ich lange daran... Aber ich verstehe es nicht mit dem Krankenhaus. Wie bitte? Ich verstehe es nicht mit dem Krankenhaus. Was hat TTIP mit dem Krankenhaus? Genau, das ist die Frage. Und wenn wir die nicht beantworten... Ja, Moment. Überraschungseffekt. Also, ich versuche das mal in zwei Sätzen zu formulieren. Nein, nicht zwei, aber in einer Minute. Also, Freihandel bedeutet doch, mehr Handel. Mehr Handel kriegt man nicht durch Hörsetzung der Standards. Das geht vielleicht. Oder Maismild und so weiter. Also werden die Standards runtergedividiert. Und in... Die nicht singen. Das ist nicht Pädifizierung. Das ist eigentlich unabhängig, ganz grundsätzlich. Nein. Also gut, darüber können wir jetzt... Das ist eine lange Diskussion. Aus meiner Sicht, wenn man die Standards anpasst, auf dem oberen Level, wird es weniger Handel geben. Ganz eindeutig. Warum sollte denn ein Amerikaner, der zu Hause das Zeug gut verkauft, gut vermarkten kann, auf den teureren Markt gehen? Das ist doch unlogisch. Das heißt, von der Logik des Freihandels her heißt das, die Standards werden abgesendet oder zumindest angepasst. Und das sagen auch alle. Das sagen alle, es wird angepasst. Natürlich. Du gibst mir das, ich gebe dir das. Anders geht es nicht. Rein technisch nicht. Man kann es auch nach oben anpassen. Ja, das kann man. Das kann man. Natürlich kann man das. Aber das wäre wieder die Logik des Handels, der ausgeweilt wird. Ja, jetzt will ich Ihnen mit weiteren Abkürzungen bepflastern. Das ist ein Teaser. Da gibt es ein weiteres Freihandelsabkommen, was international diskutiert wird und verhandelt wird, wo es um öffentliche Dienstleistungen geht. Stichwort Krankenhaus, nochmal zurück. Also, wenn das Krankenhaus, das Klinikum in Leverkusen, wenn da private Konkurrenz reinkommt oder das Krankenhaus übernimmt, rein technisch ist das möglich. Gibt ja private Krankenhaus. Was passiert dann? Ja, jetzt kann der Kollege sagen, dann gehen die Löhne hoch. Eigentlich ein bisschen unlogisch. Was passiert? Natürlich werden die Löhne höchstens da bleiben, wo sie sind. Wahrscheinlich werden sie runterdividiert. Weil die Investoren wollen doch, was wollen sie machen? Gewinnen. Ich habe hier nichts dagegen. Sie sollen Gewinn machen. Aber nicht auf meine Kosten und nicht auf Kosten der Patienten. Was passiert? Personal, Pflegepersonal wird ausgedünnt. Bei der nächsten Löhnerhöhung gibt es halt keine Löhnerhöhung. Und, und, und. Kann ich ihnen durchdividieren. Die Ärzte im Klinikum, ich bin dann am Sonntag in die Station gegangen, haben die das von Falkberg verteilt. Und das haben mir ganz viele Stationsschwestern an uns Pflegepersonal aus der Hand gerissen. Und einige haben schon gesagt, ja toll, machen wir weiter. Ich habe dann so ein kleines Plättchen da rausgemacht, von zwei Seiten. Nicht so toll wie eure Broschüren und so weiter. Aber bewusst, bewusst billig gemacht. Und auf einige habe ich dann draufgeschrieben, viele Grüße, P-Punkt. Und habe es unter die Scheiben am Auto geklärt. Dann habe ich mal, wenn ich irgendwo hingestellt habe, geguckt. Die gucken natürlich zuerst drauf, was ist das denn? Klinikum Leverkusen-Hildregewinne. Dann sehen sie viele Grüße P. Das gucke ich mir mal an, wer ist denn der P überhaupt? Und dann steht da auch noch, naja und dann, ich habe Ihre Frage noch nicht aus dem Auge verloren. Eigentlich habe ich sie weitgehend schon beantwortet. Aber ich will das noch ganz kurz sagen. Wir haben, ich habe dieses Faltblatt, dieses hier, was noch nicht so ist, wie wir es wollten. Wir wollten es noch mehr auf die lokale Ebene runterdividieren. Ja, wenn ich beim Arzt bin, lasse ich es aus Versehen. Aus Versehen habe ich es dann mal am Bankschalter liegen lassen. Beim Arzt in der Praxis, im Einkaufswagen bei Elka, im Bus, im Taxi, überall. Also jede gute Rede soll ja eine Einleitung haben, ein Hauptteil und ein Ende. Ich komme jetzt zum Hauptteil. Ich fasse das mal in einem Satz zusammen. Man muss das Ganze mit viel Energie angehen. Es kann so viel Energie sein, wie Peter das vorantreibt. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir das Thema so hinbekommen, was die Leute in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld verstehen und begreifen, was steckt in diesem Handelsabkommen drin, was mich ganz unmittelbar betrifft. Das Thema Privatisierung bzw. entgangene Gewinne und daraus möglicherweise folgenden Schiedsgerichtsverfahren, die ja auch gegen Kommunen angeschränkt werden können, ist eins davon, was sich da eignet. Ja, was kann mehr Demokratie tun? Also zumindest spüre ich erstmal hier jede Menge Energie auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dann wäre es nur, es war mehr Demokratie auch runterzubrechen. Wir sind ein bundesweiter Verein, wir sind hier jetzt im Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und wenn das nochmal weiter runterbricht, es gibt ganz viele aus unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Kommunen, dann will sicherlich auch die Rahmenbedingungen anders sein. Also sicherlich ist Leverkusen, Düsseldorf, Fürth, anders als jetzt im kleinen Ort in der Eifel oder eben wo im Sauerland. Was kann man tun? Jedenfalls spüre ich zumindest unheimlich viel Energie und bin halt auch relativ viel auch auf der Straße. Und ich habe mit dem gerade auch in Leverkusen, wir haben da also einen Tag vor dem Aktionstag halt auch einen Stand zusammen gemacht und jedes Mal, wenn man einen Kontakt hat mit Menschen und das ist das, glaube ich, was halt auch mehr Demokratie mit seinen Aktionen einfach auszeichnet. Der Kontakt, der direkte Kontakt und in diesem Dialog mit Leuten reden über das Thema und wenn es Menschen gibt, die das Thema noch nicht kennen, dann sagen, hey, komm, guck dir das an. Bist du dafür oder bist du dagegen? Dann passiert was. Also es gibt viele andere Organisationen, die sind online unterwegs, kompakt, die schicken eine Mail, da kriegt man viele in seine Mail-Eingänge rein. Das rauscht manchmal oft an einem vorbei. Und wir haben uns von Medienmokratie jetzt auch vorgenommen, wir versuchen es runterzubrechen. Wir haben gesagt, wir wollen als Verein Medienmokratie innerhalb dieser selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative, wir sind natürlich ein breites Bündnis mit unterschiedlichsten Organisationen von der TAC, von KAMPAK, wir haben gesagt, wir als Medienmokratie, wir wollen 75.000 Unterstützung sammeln. Also jetzt für uns, ja, sicherlich nicht alleine, sicherlich gibt es die unterschiedlichsten Bündnisse, da zu gucken, aber mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, wenn das jeder einfach hier raus mitnimmt, was kann ich vor Ort tun? Und da gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, der Peter und Brigitte aus Leberhut und haben es geschildert, ja, auf die Kliniken zugehen, auf die Buchhände zugehen, wo sind die Angriffe, da kam das Thema Freaking, halb die Mönchengladbach, also immer wieder gucken, wo sind die lokalen Bezugspunkte und wo kann ich den Menschen erzählen oder mitgeben, was das für Auswirkungen auf ihr weiteres Leben halt einfach hat. Und von daher geht es sicherlich nicht nur darum, zu sagen, wir machen jetzt einen europäischen Aktionstag und da machen wir jetzt einen Stand, sondern zu gucken halt auch, wie kriege ich mir das in einem, in Anführungszeichen, Alltag. Und, ja, also ich habe zum Beispiel jetzt bei meinem Video-Bäcker auf dem Markt, also bin hingegangen, habe schon mal was von gehört, Leier hingelegt, der ist jeden Tag im anderen Stand, die Leute können es mitnehmen, ja, der kann Unterschriften sammeln. Könnte jeder von euch vielleicht halt auch da und in seinem Privatumfeld sagen, wo gibt es Kontakte, die ich habe, mal kurz ansprechen, wir haben hier jede Menge Flyer von Wehr Demokratie, wir haben auch jede Menge Unterschriftenlisten, die könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, hier direkt mitnehmen, aber ansonsten halt auch einfach bei mir melden oder bei uns melden, ihr habt ja zwei Tage später einen Briefkasten. Und dann kann man gucken halt vor Ort, nehme ich so eine Aktion wie den Buchhandel in Leverkusen, versuche zu meinem Buchhändler zu gehen und das dann anzusprechen, sage, hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ja, hat das Konsequenzen auf deinen zukünftigen Laden, ja, bist du bereit oder willst du da vielleicht auch so eine Aktion machen wie in Leverkusen oder einfach nur bereit sein, Unterschriften auszulegen, ja, die muss ich ja vielleicht auch nicht selbst irgendwie wieder wegschicken, halt nicht, vielleicht mal regelmäßig vorbei, sammle die Listen wieder ein und so peu a peu ganz kleine, ganz kleine Puzzlesteine einzunehmen, um das halt, wie gesagt, im Alltag den Menschen halt einfach weiterzugeben. Man kann das Thema sicherlich dann halt auch irgendwie fortführen, wenn man beim Thema Krankenhause vielleicht immer reden, aber bei seinem Arzt, ja, im Wartezimmer eben was liegen lassen, den Arzt offen drauf ansprechen, solche Dinge halt, wie gesagt, versuchen in seinem privaten Umfeld zu machen oder dann halt größere Bündnisse zu schmieden, mit anderen Organisationen veranstalten, zu organisieren, das Thema, der Holger ist angesprochen, letztes Jahr im Rahmen der Bundeskampagne, ja, zum Thema Volksentscheid, eine große Pulsungsdiskussion zu machen, das Thema halt dementsprechend auf eine größere Bühne zu transportieren. Schafft man sicherlich da schnell ein, da braucht man dann wieder ein Gründnis vor Ort, weil das dann einfach unheimlich viel Energie hat. Rauch, ja. Das sind so kleine, oder wenn es irgendwie größte Veranstaltungen gibt, in Köln haben wir zum Beispiel gehabt in ihrem Tag des Lebens, ja, das heißt, große Feste, da geht man hin, macht den Stand, erreicht die Leute, kann mit denen in Kontakt, und jedes Gespräch, jedes Gespräch, was ich einfach führe, ja, wo ich jemanden erreiche und sagt, hey, das Thema hier gehört, Reinser kommt, wie folgt, bist du dafür oder bist du dagegen, wir müssen sehen, dass mit jeder, egal wie rüßelig das ist, und wenn ich höre, 700.000 sind noch nicht genug, glaube ich auch, es sind nicht genug, aber wir sammeln ein, ein Jahr lang, ja, und innerhalb dieses Jahres, glaube ich, werden wir nicht 1 Million, auch nicht 2 Millionen, sondern wir werden noch viel mehr Unterschriften zusammenkriegen. Und das muss ein deutliches Zeichen geben, und von unserem Verein der Demokratie, glaube ich, halt einfach auch, dass wir versuchen müssen, dieses aktuelle Thema, ja, auf unsere Härtensanliegen halt auch zu transportieren und sagen, dieses Beispiel zeigt wieder hervorragend, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen ein demokratisches Europa, und wir brauchen auch die Möglichkeit von direkter Demokratie. Wir können nicht bei jedem Thema, was uns aufregt, so eine Welle machen, wie jetzt bei TTIP. Wir müssen andere Strukturen haben, wo wir anders politisch agieren können. Ja, so, und jetzt mache ich wieder die Rolle rückwärts, und der Verein der Demokratie hat jetzt gesagt, wir wollen das Ziel 75.000 Unterschriften erreichen, ja, zu sagen, wir sind ein Teil dieses Gründnis, wir, Alexander hat es gesagt, Alex, in diesem Gründnis haben wir Peter führend, also auch den Mut mit auf, und dementsprechend wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Und der Verein sagt, das ist doch nicht ganz offiziell, aber ich greife die mal vorne weg, ich werde in den nächsten Monaten diese Kampagne bei MedDemokratie begleiten, ich bin Ansprechpartner für alle Menschen, die bei MedDemokratie aktiv werden wollen, ja, können mich kontaktieren, zu gucken, wie kann ich die Menschen unterstützen, entweder durch Infomaterialien, oder wenn sie sagen, hey, da ist eine Veranstaltung, wir machen eine Podiumsdiskussion, und es gibt andere Organisationen, die machen eine Kursveranstaltung, da lohnt es sich einfach hinzugehen, Menschen miteinander vernetzen, einige von euch waren sicherlich auch in der letzten Bundeskampagne aktiv, das hat wunderbar geklappt, wir haben ganz viele Organisationen gehabt, die im Rahmen der Kampagne für bundesweite Volksentscheid vor Ort aktiv waren, die sich engagiert haben in kleinen Bündnissen, mal zu zweit, zu dritt, mal in größeren Bündnissen, und das wollen wir versuchen halt, jetzt halt auch bei dem Thema TIT zu erreichen, ja, mit sehr bundesweiten Unterstützung, der Widerstand geht von Köln aus.